hallo und herzlich willkommen zu der jenex tour und heute beginnt das ganze und ich möchte euch mitteilen dass wir jetzt die bundesländer baden württemberg hessen bayern nordrhein-westfalen niedersachsen und hamburg haben und wir fangen natürlich erst mit baden württemberg an und ihr könnt unten in der beschreibung dafür voten wenn ihr nicht wisst warum weshalb wir das ganze machen hier oben ist noch mal rechts noch mal die ganzen informationen bitte das erst angucken und dann erst voten und wurde auch natürlich nur wenn ihr auch samstag da seid und seid bitte fair wenn ich merke dass es läuft nicht so wie es sein soll und ist auch keine garantie für die ganzen ich auch da erscheine das ist nur sozusagen unser naja rechtswert sagen wir mal und wenn ich merke da ist keiner dann komme ich auch nicht hin deswegen ganz ganz wichtig wer mich sehen möchte soll auch bitte voten aber soll auch so fair sein gegenüber den anderen weil wie gesagt ich komme habe auch ein weg hinter mir dann ganz klar und ist auch mit kosten verbunden und alles deswegen seid ihr bitte fair genau ich wünsche euch viel spaß ja so gedacht das sind ungefähr ja ich hab mal so gerechnet drei monate ungefähr plus minus das heißt pro monat werde ich zweimal irgendein bundesland sein also das nächste wäre dann in hessen dann wäre dann ja dann wäre september dann bayern und nord-westfalen und dann im anschluss dann nächsten monat niedersachsen und hamburg wenn es natürlich angeboten wird das ist ganz ganz wichtig gut wenn ihr irgendwie vorschläge habt zu baden württemberg was wir da machen kann ich habe auch extra rust mit reingeschrieben also wir können auch wenn das erwünscht ist zusammen auch in europa park gehen wissen ganzen lang ein bisschen bisschen zusammen spaß haben wissen zusammen was erleben wenn ihr das möchtet wie gesagt ist ein angebot meinerseits das hat war so meine idee wenn natürlich auch noch ideen habt was wir machen können welche stadt was cooles gibt schreibt das bitte in die kommentare oder schreibt mir das auf twitter auf facebook oder auf discord das könnt ihr alles gerne mir zukommen lassen und dann würde ich sagen viel spaß im voting wenn du noch ein bisschen was wissen möchtest könnt ihr da auch gerne in die kommentare schreiben ich werde es auf jeden fall beantworten und dann wünsche euch viel spaß beim voting und wir sehen uns macht's gut bis dahin und ciao